ja kann auch nach unten schlagen noch mehr so eine füche so viel zu entdecken wenn sonst ja aus wie schnee sind aber eigentlich blüten dann fliegt man eigentlich los aber wann jetzt haben wir ja gar nächste woche ist oder diese woche schon am sonntag also zeit hier aufstehen körper schon gepackt oder master erst morgen geht aus dem ausgang dann von den vision ja Die Kohle. Die Kohle, die Kohle. Oh, da ist noch mehr Kohle. Erst morgen. Nicht gierig werden, ne? Also die 800, die ich vorhin ausgegeben habe, für die neue Schwertkunst, die ich nicht benutze, haben wir auf jeden Fall schon wieder drin. Oh. Ich bin zu spät gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch besiegen muss. Okay, da geht es weiter. Oh, Shortcut. Jetzt aber so rum. Warum haben wir hier einen Shortcut bekommen? Ist das eine Disco? Das ist eine Arena. Kleiner Na. Aha, ein weiterer Krieger findet seinen Weg in unser schönes Kolosseum. Wir sind das Ziel all jener, die sich in intensiven und tödlichen Kampf versuchen wollen. Alles, was man dafür tun muss, ist sein Zeichen auf dem Prüfungsbrett seiner Wahl zu setzen. Und zack, die Tore der Arena werden sich öffnen. Jede Prüfung kostet eine geringe Gebühr, aber ich bin mir sicher, als fähiger Kämpfer hast du reichlich Geowisa mit. Nun, bevor du deinen Nagel ziehst und all dich in den Kampf stürmst, würde ich dir einen Rat geben. Gleich hier unten, gleich hier unter uns gibt es eine Grube für Krieger, wo deinesgleichen auf ihre Prüfung warten. Ich empfehle dir, dringend dich dort auszuruhen, bevor du dein Zeichen setzt. Oh, und glaube mir, ich bin auch ein furchterregender Krieger. Lass dich nicht von meiner Größe täuschen oder meiner momentanen Einschränkung. Das Kolosseum ruft uns beide. Ich werde bald wieder kämpfen. Zahle deinen Beitrag und du kannst die Prüfung des Krieges antreten. Zahle, um Prüfung des Krieges zu eröffnen. Für ihn muss ich was zahlen. Das ist wahrscheinlich kostenlos, oder? Also nein. Das ist keine Gebühr bezahlt. Niemand erlangt Ruhm, in den ihr sich an sein Gio klammert. Zahle deinen Beitrag und du kannst die Prüfung des Krieges antreten. Nein. Betrachten. Bleib stehen, diese Prüfung ist für die, die den entsprechenden Beitrag nicht gezahlt haben, geschlossen. Komm schnell hier rüber und bringen... Achso. Das wäre... Also das ist hier der Einlass. Guckt mir irgendwas bekannt vor davon? Nee, gar nicht. Ich glaube, das sind die Bosse, die wir bisher noch nicht eingemacht haben. Ja, okay, komm hier. Nun denn, eine neue Prüfung ist für dich verfügbar. Ich hoffe, dein Auftritt wird spektakulär. Ja, betrachten. Prüfung des Kriegers Kämpfe um Gio und einen Talisman-Sockel. Zeichen, um die Prüfung zu beginnen? Nein. Er hat ja gesagt, ich soll ja erst hier runtergehen. Ausruhen. Haben wir eine neue Karte? Nö. Wo ist denn hier der Karten-Fuzzi? Wir trainieren. Ja, geil. Man sieht einfach nicht. Alter, wie viel Käfer da sein müssen. Krass. Also, wie viel Käfer ich schon unterwegs getötet habe? Wir leben immer noch so viel. Ja. Also, ich würde sagen, komm, wir probieren es mal. Jetzt haben wir ja gespeichert. Können wir ja mal ausprobieren. Prüfung des Kriegers Kämpfe um Gio und einen Talisman-Sockel. Na, guck mal. Jetzt ist es hier zu. Wäre mal gespannt. Ich hätte jetzt gerne diesen Tatsam. Und aus seinen Augen kam Blut. Colosseum der Narren. Okay. Okay. Wie der immer so einen Dreierangriff dann macht. Und so, was kommt jetzt? Andere Farben, oder? Seid wir nun? What? Ich habe gerade woanders hingeguckt. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Okay. ich raten jetzt gibt es zwei davon das ist ja manchmal höher alter und nie und nie nicht lieblich schnell weg mit denen schnell weg mit dem ja auch noch gegen zwei weißt du ja 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 klar was wird gespeichert ne der soll nicht gespeichert werden ich will ja wieder meine seele und so haben so die ist hier so schwer ist das eigentlich gar nicht aber naja man kann doch nicht so schwer sein ja warum springst du jetzt daneben an da hä voll easy eigentlich ja genau ich war noch voll im casten casten ich komme sehen Genau da, wo der Schild weg ist, ne? Genau da, macht er. Das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich. Zu früh, zu spät, Ringe nicht vergessen, zu früh. Zu früh. Guck, hier kann ich dann noch eins. Er hatte Seelen, wenn du... Könnte aber auch... Lass mal Spornpilz ausprobieren, hatten wir bisher noch gar nicht. Lass uns das Maus probieren. Außerdem habe ich jetzt auch die längere Nade drin. Zählt das jetzt eigentlich als Death? Die Arena? Also ich würde sagen nein, aber was sagt denn die Community? Unsere Gemeinde, was sagt denn die dazu? Ist das Kolosseum, zählt das als Death oder nicht? Das ist gut, aber viel Damage haben sie nicht gekriegt, ne? Teppichs. Vielen Dank für den Host. hat sie nur so schnell drücken funktioniert nicht ok ach das zählt auch als kill aha das ist ja interessant also wenn ich das häufig genug mache dann krieg ich auch meine Pimpchen ich kann mal wissen wieviel Schaden die da kriegen wahrscheinlich irgendwie nicht viel oder aber die Pilzsporn machen gar keinen Schaden so wie es aussieht ja 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 Oh, noob. Oh, die geben sogar Essenz, ja. Oh, komm mal zu ungünstigen Zeitpunkten woanders hin. Oh Gott, wie viel kommt denn hier noch, ey? Ah, okay. Was bringt mir denn die Pilzspuren? Oh Gott, wie viel kommt denn hier noch? er sieht nicht gelangweilt aus der ist tot was ist noch nicht aufgefahren ist ja ist doch gut leute ist doch gut ja ja ich spreng da 50.000 mal daneben wirklich was kommt jetzt ganz woanders hingeguckt ok jetzt bleib mal hier auf dem bildschirm steppern und guck nicht immer woanders hin wieder woanders hingeguckt wie kommt denn hier noch hat er mich veräppeln ja wo sollte ich denn jetzt hin vorbei als reich überhaupt ja 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 Alter, das ist ja eine Tortur, ey, what the fuck. Okay, also Medi hat gesagt, Arina, Tode zählen auch als das, also sind wir jetzt bei 19. Willkommen zurück Krieger, zahle deinen Beitrag und du kannst die Prüfung des Eroberers antreten, zahle um die Prüfung des Eroberers zu öffnen, nö, jetzt nicht, jetzt nicht, die schlafen alle ja, warten auf ihren dicken Auftritt. Ja, wir haben nur noch keine Karte. Okay, also wir haben jetzt hier, Easy Part haben wir geschafft, ne, ja, Easy haben wir geschafft, dann kommt Medium und dann kommt Super Hard. Aber jetzt nicht. Sind wir unten lang oder sind wir hier lang? Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Was? Wir kommen jetzt wieder. Ich denke. Wir sind uns nicht wieder in die Träanse. Ich ziehe flying können. Ich denke. Das. Ed? Wo sind wir denn jetzt? Ähm... Host ist nur im Chat. Du meintest hier die Alerts jetzt unter uns? Ne. Da ist kein Host. Da sind nur Alerts. Aua? Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Hätte ich aber nicht einen anderen Eingang gesehen, oder? Ich wusste nicht, ob der Pache überhaupt da ist, oder nicht? Und hier sind wir jetzt, ne? Okay. Oh, wo auf der anderen Seite? Sind wir auf der anderen Seite? Ich glaube ja, ne? Ha! Ha! Noob! Kann ich wohl unten angreifen. Merkste, ne? Oh! 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 Also kommt der Scheiß wieder weg. Langnadel kommt... Oh, das ist mal weg. Brauchen wir nicht mehr. Nur beim Ausruhen, ne? Sprintmeister, Zauberbändiger. Nehmen wir das mal mit rein. Einzigartiger Talisman, den der König vom Heilandsnest seinen loyalsten Ritter verlieh, zerkratzt und schmutzig, aber gut gepflegt, bis den Träger einen heldenhaften Duft verströmen. Das ist wirklich klar. Schnauble ist die Frage bei uns. Das war das WM-Z bleibt es. Ja, das war die Frage bei uns. Jetzt gibt es noch mal ein paar Vorbilder, ich habe mich bekommen. und es nicht ist aber auch nicht war ich hier überhaupt schon mal da unten war ich schon mal ja aber hier war ich noch nicht neuer ja 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 Das hat sich nicht jemand gekriegt aus welcher richtung ok haben wir das auch alles dann prob ich mal nochmal diesen komischen raum hier ne ist natürlich geil dass ich erstmal meine seele einsammeln darf ey es ist schade dass man bei diesem dash keinen invincible frames hat ich glaube ich kann auf dem Fudge nicht mehr machen ich mache schon Alter, das gibt's doch nicht, ey. Das ist immer perfekt so machen, ne? Ich schlage genau jetzt zu, dass, wenn er mit seinem Carsten da fertig ist, da liegt Scham drauf, man kann. Ja genau, woher wusste der jetzt, dass ich das... Da springt der einfach hoch, ey. Legt mich doch um Arsch, ey. Legt mich doch um Arsch, ey. Oh, wir kriegen eine neue Kugel. Oh, wir kriegen eine neue Kugel. Oh, die kriegen gar nicht mit, dass ich da bin. Oh, mit. Der war wegrennt. In den nächsten Bildschirm rein. What? Guck mal, da wird mein Panzer auch gleich einmal aufgeladen. Super. Das gefällt mir. Also da links unten können wir noch lang. Und bei diesem dunklen... Ja, bei diesem dunklen Lila, ne? Aber mir fehlt immer noch dieses weiße... Weiße... Nee, bleiche Eisen oder so. Oder dieses bleiche Erd. Ich bin gespannt, wann ich das bekomme. Damit kann ich meine Waffe wieder um eine Stufe höher machen. Wo ist eigentlich meine ganze Kohle hin? Hat die vorher nicht irgendwas mit 2000 gehabt? Doch, ich bin gespannt. Doch, was ich auch gonna sagen? Also da kann ich das nicht abholen. Ich bin gespannt, wie es da Things assim war. Boa, ich bin gespannt, wie ich alles aufgeworfen habe. Boa, ich bin gespannt, wie ich das finde. W какую, ich weiß, Erfahrungen noch nicht probiere. Ja, wie viel kommt mir daran? Ja, was ich bin... Ich bin gespannt, wie ich jetzt bin. Ich bin gespannt, wie ich dich zum Beispiel habe. Ich bin gespannt, wie sich die� previously vertrenden. Brava! Hier waren wir noch gar nicht, oder? Doch, 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 doch. Wo wir nicht waren. War hier oben, oder? Nee. Hier waren wir noch nicht. Das war's. 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 Da war's. Das war's. Das war's. Das war's. Meine ganzen Geos. Alle weg. Also der weiß irgendwie mehr als wir wissen, ne? Das muss ja dann ein Shortcut sein. Aber hätten sie den nicht lieber zumachen sollen, anstatt anzuzeigen, von wegen da geht's runter oder lang? Schon besser gewesen. Jetzt haben wir endlich ne Karte. Okay. Wo will ich eigentlich hin? Okay. Genau. Und dann einfach geradeaus weiter. Klappt nicht, weil hier Wasser ist. Okay. Kommen wir noch ein Stück nach oben? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss den ganzen Weg unten wieder lang, oder was? Mhm. Okay. Ja. Wir müssen den ganzen Weg unten lang. Ja. Okay. Okay. Komm, der ne? Okay. 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 Also hier kommen wir schon mal nicht lang. Das könnte ich doch bestimmt hier genauso machen, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich habe ihn nicht im Rücken getroffen. Hier war dieser komische Typ, ne? Was war das denn? Hallo! Von einem Stachel gekillt. Nice. Oh, die hasse ich ja, ey. Okay. Das ist so schön. Dann schauen wir mal. Da sind wir noch immer noch? Hast du mal? Das geht nicht. Das geht nicht. Wie soll ich das denn sind. komm doch mal anrufen wieder diesmal weit hinten an den scheiß sachen komm ran meine frisse rot heißt nicht hingehen das können wir ja auch gleich machen so nicht hingehen da ist auch noch ein weg da ist ja auch noch ein weg tiefenest haben auch noch drei wege wird nicht hingehen da weiß ich leider auch nicht haben wir so viel zeug eigentlich ne so viel zeug habe ich ok also da links unten geht ohne stimme markiere ich jetzt aber nicht extra was ist das denn hier dann können wir wieder zurück gehen richtung stationen des königs aber auch völlig umsonst hier anscheinend macht ja nichts auf jeden Fall noch ein paar pünktchen bekommen das muss man ja auch nicht vergessen gehe ich jetzt unten lang oder oben lang ich gehe oben lang das geht glaube ich um einiges schneller wenn ich das so mache und nicht runterfall am besten und dann habe ich den díastaca